Und willkommen auf meiner Seite. Heute möchte ich euch von Sophie Jordan Infernale vorstellen. Ich zeige euch jetzt mal nicht das hier, weil das spiegelt sehr, sondern nur das Bildchen hier. Das reicht. Und ich lese euch mal ein bisschen daraus vor. Sophie Jordan Infernale, wirst du als Mörder geboren? USA 2021. Als Davy positiv auf das Mördergehen, Homie, Siedel, Tendency, Syndrome, HTS getestet wird, bricht ihre halbe Welt zusammen. Sie muss die Schule wechseln, ihre Beziehung zerbricht, ihre Freunde fürchten sich vor ihr und ihre Eltern meiden sie. Aber sie kann nicht glauben, dass sie imstande sein soll, einen Menschen zu töten. Doch Verrat und Verstoß zwingen Davy zum Äußersten. Wird sie das werden, für das alle Welt sie hält und vor dem sie sich am meisten fürchtet, eine Mörderin. Gelesen wird das Ganze von Frederike Walke und sie hat auch schon vieles andere vorgelesen oder gelesen, auch Sachen, die ich bereits schon habe. Ich mag ihre Stimme sehr gerne allerdings. Muss ich auch sagen, dass gerade in den letzten zwei Kapitel musste ich mehrfach hören, weil irgendwie hat dieses... Es hat irgendwas gefehlt. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich diesen ganzen... Dieses... Diesen einen Punkt, wo es dann festfällt, okay, jetzt ist das im Video, äh, dass das, äh, die CD gleich zu Ende... Habe ich nicht mitgekriegt. Ähm, die CD selbst oder das Hörbuch selbst ist in sechs CDs aufgeteilt. Ähm, eigentlich sind das nur sechseinhalb Stunden. Ähm... Deswegen finde ich das... Habe ich mich ein bisschen erschrocken, als plötzlich sechs CDs da waren, weil bei, ähm, die Bestimmung hat es auch funktioniert, dass 13 Stunden auf... oder über 13 Stunden sogar auf einer CD gepackt worden sind. Klar, es kann vom Vorteil sein, wenn man jetzt denkt, okay, hm, nach einer Stunde, oh, ich habe die CD fertig, dann brauche ich auch nicht mehr weiterhören, jetzt kann ich erst mal Pause machen. Ähm, ich fand es ein bisschen... Ich fand es schon ein bisschen blöd. Ich hätte gerne... Also es ist... Es passt eigentlich auch, wenn man Hörbücher, ähm, auf, ich sage mal, ähm, ähm, ja, eine CD packt. Oder auf wenigstens zwei. Hier habe ich zum Beispiel mal Katie Cat... Katie Catstone. Geht's auch auf zwei CDs und es ist auch relativ lang. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz habe ich es sehr gerne gehört und es hat mir wahnsinnig, ähm, ja, Spaß gemacht. Ja, doch, Spaß gemacht. Ähm, es ist schnell erzählt, ähm, ähm, die Geschichte ist sehr, sehr rasant. Ähm, man lernt viel über die, ähm, Abgründe eigentlich auch der menschlichen Seele kennen. Äh, weil, ähm, die Davy ist eigentlich ein ganz normales Mädchen. Gut, sie ist ein bisschen überbegabt, sie kann sehr viel und sie macht auch viel und, ähm, eigentlich ist sie sehr, sehr schlau. Und, ähm, wahrscheinlich, wenn es diesen Test nicht gegeben hätte, ähm, ja, wäre es wahrscheinlich nie... Hätte sie wahrscheinlich nie daran geglaubt, äh, dass sie dieses Mördergehen in sich trägt. Ähm, ja, und deswegen... Ähm... Ja, wenn sie dann auch, ähm, also wenn sie ihre, ähm, in der neuen Schule ist, da ist sie auch, ähm, dann während der Zeiten auch mal in so Käfigen eingepackt, eingefärscht. Ähm, ihre Familie versucht sie zu meiden, ähm, sie hören ihr auch nicht zu, ihre, ähm, ihr Freund, der ist dann auch im Arsch. Und, ähm, als sie ihn dann mal schlägt, weil, ich meine, das kann er nicht machen, was er machen wollte, konnte er nicht machen, was er machen wollte. Da hat sie dann auch, ähm, ja, da haben dann ihre Freunde, ähm, auch die Polizei, die haben sie dann angezeigt, ne? Ja, nicht sehr schön. Aber alles in allem, ähm, das Buch hat mir echt gut gefallen. Ähm, es gibt weitere Teile, die werde ich mir auch anhören. Friederike Weike macht das sehr, sehr gut. Es war, ähm, an manchen Stellen dann doch etwas zu... zu... weinerlich, was, ähm, was beim Hören dann doch etwas sehr anstrengend war, wenn das dann doch zu... Ich meine, klar, äh, sie hat das richtig gut, sie hat, sie ist in ihre Rolle geschlüpft und alles, aber, ähm, ja, ein-, zweimal wäre ein bisschen weniger auch mehr gewesen, sag ich mal. Ansonsten, ähm, ich kann das nicht, deswegen ist das alles gut, ähm, so wie es ist. Ähm, ja, die weiteren Teile werde ich mir auch vielleicht als Buch holen dann. Ähm, ja. Alles in allem gebe ich, äh, würde ich vier, viereinhalb von fünf Sterne geben, weil das wirklich sehr schön ist. Infernale von Sophie Jordan. Gelesen von Friederike Weike. Das Ende hat mich sehr überrascht übrigens. So. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen, lesen und hören uns bis bald. Eure Janine. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501